Hallo und willkommen zu einem neuen, ihr seht richtig, Unboxing. Ich habe Post bekommen, von wem und was da drin ist, das erfahrt ihr gleich. Das Paket, was ich hier habe, ist ein kleiner Deal, Kaufdeal, den ich mit dem lieben Toy Tenner abgeschlossen habe. Der Toy Tenner, dessen YouTube-Kanal findet ihr in der Verlinkung. Lieber Toy Tenner, ich danke dir jetzt schon mal dafür. Ich bin jetzt gespannt, wie gut das da drin schön verpackt ist. Es sind ein paar Kleinigkeiten, die er einerseits aus seiner Sammlung abgegeben hat, die Gott sei gut zu meiner Sammlung passt und eben ein paar Sachen, die er sich auch in der Gegend auf dem Flohmarkt gefunden hat. Ja, und dafür, ja, habe ich mir gedacht, nee, Quatsch, was habe ich mir gedacht? Ich habe mir gedacht, ich packe das jetzt aus, ich gucke mir das an mit euch gemeinsam. So, das habe ich mir gedacht, so, mehr würde ich gar nicht. So, dann gucken wir mal, das Paket geht hier auf. Noch woanders? Ne, ein einziger, das ist das Einzige, was du hättest, ein bisschen zukleben, du weißt, wie die Paketboten aufgehen. Aber egal, freuen wir uns auf den Inhalt und das Erste, was mir anlächelt, ist etwas von Star Wars, Star Wars Rebels. Ein richtig cooler Kanan-Wagen, kenne ich überhaupt nicht. Cool, hier kommt, ich zeige euch das, richtig cool, Kanan von Rebels, richtig cool. Ich wusste gar nicht, welches es da gibt. Wicket, Inquisitor gibt es, Chopper, C3PO und R2D2, hier könnt ihr es sehen. Richtig cool. Richtig cool. Kenne ich noch gar nicht. Ist was völlig Neues in meiner Star Wars Sammlung oder in der von mir und meinem Bruder. Genauso wie ich jetzt hier sehe, das ist so ein kleiner, nicht Wichtel, aber einer der sieben Zwerge von Disney. Auch cool, richtig cool. Also ist schon, ich bin schon völlig erstaunt und ich stelle es hier hinterhin, ihr seht das hier gleich. So, Verpackungsmaterial. Er hat in dem Verpackungsmaterial die Figuren, um die es geht, eingewickelt und ich wollte die beinahe hier weggeschmissen. Das ist aber rein Verpackungsmaterial. Ja, was lacht mich jetzt hier an? Zwei, noch zwei richtig geile Sachen. Einmal eine DVD mit dem Film Krieg der Götter mit Henry Cavill, Stevendorf, Luke Evans, Kenner Lutz, Mickey Rook. Ein richtig guter Film. Wird unterschätzt. Ich finde, gerade die Szene, wenn sie so zum Finale hin kämpfen, mega geile Szene. Richtig cool. Ja, ist ein geiler Film. Kann ich auch nur sagen. Richtig. Ist so ein Fantasy-Götter-Film. So ein bisschen griechische Mythologie. Die, glaube ich, war das. Ist auch richtig so ein bisschen im 300-Stil. Ist echt cool anzusenken. Richtig cool. Mann, das ist ein richtig schönes Paket geworden, hätte ich nicht gedacht. So, hier sehe ich gleich schon die Sachen, um die es geht. Und hier noch eine Sache, die wird auch in meiner Sammlung bleiben. Ein kleiner Struppi. Seht euch das an. Timor Struppi. Da macht es bei mir genau das Richtige. Ich liebe Timor Struppi. Und der wird auch in meiner Sammlung zieren. Das müsste eine Figur aus dem Movie sein. Das ist eine der Movie-Figuren. Von Timor Struppi. Also Struppi aus dem Film. Dem Animationsfilm von Steven Spielberg. Richtig cool. So. Und die Sachen, wie es geht, die sind hier. Unter anderem, die fangen wir gleich aus. So. Und es geht um auch ein paar Programmhefte. Die habe ich hier. Und das letzte Gimmick, was ich hier drin sehe, oder Gimmick, das Reste, was er mir reingepackt hat, was ich auch richtig cool finde, ist Toy Tenner. Etwas von Jan Tenner. Nummer 5, die Gefährliche Insel. Richtig tolle Geschichte von Jan Tenner. Ich liebe die Geschichten. Ich höre gerade die aktuellen, die, ja, nicht Neuauflage, aber die neue Serie, der neue Superheld, was sozusagen Jahre nach dieser Serie spielt. Richtig gut. Jan Tenner, ein Teil meiner Kindheit. Auch richtig tolle Folge. Und auch eine meiner Lieblingsfolgen. Da hast du alles richtig gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja. So, das kommt erstmal hier auch hin. Das ist Müll. Du hast da hängen geblieben, das ist ein Stück Klippeband. So. Brauchen wir nicht mehr. So. Und hier seht ihr, ich fange, bevor ich die Dachen rauspacke, bin ich auch richtig gut, schön in einem Umschlag. Und es ging um Programmhefte, die er auf dem Flohmarkt gefunden hat. Das ist der Filmkurier. Der Film... Ups, jetzt mache ich das fast kaputt. Das wollte ich gar nicht. Verknicke ich das. Aber es ist gut. Das ist jetzt ein Filmprogrammheft zu dem Film. Hier seht ihr jetzt so Alien. Die sind damals für einen Preis, hier steht jetzt ein Euro drauf, für ein... Nicht ein Euro, eine D-Mark. Das ist nämlich 1979 erschienen. So Alien. Das ist richtig der coole Film. Und das ist sozusagen ein Programmheft gewesen, warum man sich informieren konnte, worum es in dem Film geht. Und das konnte man im Kino damals erwerben. Und das waren richtig coole Teile. Ihr seht, Vollfarbdruck, richtig gut für die Zeit im Inneren. Schwarz-Weiß-Bilder. Und ich zeige euch das jetzt in der Oberfläche. Das sind alles, glaube ich, von dem Filmkurier. Aber die werden wir in einem Letztview ganz detailliert angucken und besprechen. Da freue ich mich schon drauf. Da mache ich eine richtig gute Sendung draus. Oder eine Einzelsendung. Denn hier geht es das nächste. Das Heftchen von August 79. Der Große mit seinem außerirdischen kleinen Bud Spencer. Auch richtig cool. Das werden wir uns genauso angucken. Und als letztes habe ich hier Supermann 2. Allein gegen alle. Auch richtig gut. Auch richtig viel. Das ist ja auch der Filmkurier sein. Nein, das ist etwas anderes. Nein, nein, das ist der Filmkurier. Also das steht hier, neuer Filmkurier. Das ist dieses Magazin, was im Kino war. Was für eine D-Marke kostet. Das hier aber nicht. Das ist ein Heft. Das ist richtig cool. Was vom... Ich überlege gerade, von Borla Direktpool rausgebracht wurde. Das sind sozusagen Grundinformationen. Das kann eine Sache sein, die zusätzlich bei der Presse dabei zugegeben wurde. Es sind viele Bilder drin. Die schauen wir uns alle in Ruhe. Ein anderes Mal. Ne, ich irre mich. Es ist doch der Filmkurier. Das steht hier unten dann drin. Aber ihr seht, richtig klasse. April 81. Auch der neue Filmkurier. Eine Doppelausgabe. Deswegen ist ein bisschen anders gedruckt als diese hier. Aber auch richtig toll. Tolle Sache. Alles Filme, die ich in der Kindheit gesehen habe. Wobei ich sagen muss, Keinen davon im Kino. Obwohl, den habe ich schon im Kino gesehen. Den Alien 1. In einer Sondervorstellung, als der vierte Teil rauskam damals. Das ist aber auch schon 20 Jahre her. Und da habe ich dann in einem richtigen Vierer-Pakt alle vier Filme im Kino gesehen. Bei mir in der Gegend. Das war episch. Richtig klasse. So, jetzt sind nur noch zwei Sachen übrig. Und das sind zwei Figuren vom Transformers, die sich in meiner Sammlung landen werden. Das ist aus der Rescue Force. Das ist der Dune Buggy. Muss immer vorsichtig sein. Die Dinger sind ja auch schon seit jetzt ihre 20 Jahre alt. Auch richtig cool. So sieht er aus. Und hier haben wir ein zweites Fahrzeug. Wir sind auch heil. Also wir sind heil. Abgesehen, dass Zubehör fehlt. Es gab so zwei, drei. Hier gab es so zwei kleine Pistolen. Und auch bei dem. Aber darum geht es gar nicht. Die Figuren, ich finde die richtig cool. So, wollen wir nochmal richtig verwandeln. So, die Hände muss ich nur umknicken. Dann kann ich das zusammenschieben. Ne, so richtig cool. So, das ist aber auch richtig verwandelt. Hier so ein Bohrer von der Rescue Force. Richtig cool. Richtig cool. Ja, die findet man nicht alle Tage. Und ja, ich finde sie ganz gut. Ich habe den zwar schon mal gehabt hier. Aber nicht in so einem schönen Zustand. Meiner hat ein paar Roststellen gehabt. Der hier ist super gut. Die Aufkleber sind halt ein bisschen umgeknickt. Das liegt aber auch an der Bespielung. Und aber sonst ist es super. Jetzt fehlt mir nur noch das Zubehör. Und ich bin absolut glücklich. Richtig cool. Ja, lieber Toy Tenner. Danke dir für das mega Paket. Unser Deal plus die genialen Extras. Hammer. Eigentlich freue ich mich schon fast über die Extras um. Die Struppi am meisten war als Zimmer-Struppi-Fan. Da kann ich echt nur sagen, Wahnsinn. Ja, danke dir. Jetzt gibt es noch einen kleinen Überblick über diese Sachen. Als Video. Im Anschluss sozusagen filme ich noch mal kurz drüber. Und ja, ich sage zuerst mal Tschüss. Und hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Vor allem denken, was findet ihr hier toll von. Und ja, die wird in demnächst, sage ich mal. Das muss natürlich noch aufgenommen werden. Ich habe sie heute erst ausgepackt. Let's Views geben. Und dann schauen wir uns die ganz genau an. Diese drei Filmperlen. Kann man ja wirklich sagen. Alles klar. Dann wünsche ich euch erst mal alles Gute. Viel Spaß. Einen schönen Tag. Was noch immer ihr wollt. Und schaltet ab. Fällt mir gerade ein. Peter Lustig hat das ja mal gern gesagt. Beim Löwenzahn. Also, wir sehen uns. Und heute Nacht. Danke nochmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.